PURUS präsentiert das neue EcoRaster Blocks. Das Bodengitter im Pflasterdesign. Schnell und sicher verlegt, gestalten Sie mit Blocks in kürzester Zeit versiegelungs- und barrierefreie Flächen. Wählen Sie aus vier unterschiedlichen Steinfarben und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Zusammen mit der hohen Belastbarkeit ergibt sich eine Vielzahl von Anwendungen nicht nur als Park- und Stellfläche. Übrigens, EcoRaster Blocks ist nahtlos mit dem EcoRaster System kombinierbar. Eingliederbar